Asus hat auf der CES gleich mehrere neue Produkte vorgestellt, darunter das Transformer Book Duet TD300. Wie viele andere Hybridgeräte kann das TD300 als Laptop oder als Tablet genutzt werden. Die wirkliche Besonderheit aber ist das verwendete Betriebssystem. Auf dem Gerät laufen nämlich Windows und Android parallel. Per Tastendruck kann zwischen den beiden Systemen gewechselt werden. Laut Asus dauert das nur etwa 4 Sekunden. Als Prozessor ist ein aktueller Intel Core i7 verbaut, dem 4 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung stehen. Außerdem ist eine 128 GB große SSD integriert. In die ansteckbare Tastatur kann zusätzlich eine 1 TB Festplatte eingebaut werden. Das 13,3 Zoll Display löst in Full HD auf. Der Preis wird voraussichtlich bei 699 Dollar liegen. Außerdem soll eine preisgünstigere Version mit geringerer Auflösung für 599 Dollar herauskommen. Mit dem Padphone Mini stellt der Asus ein weiteres Hybridgerät vor. Wie bei den Vorgängermodellen handelt es sich dabei um ein Smartphone, das in ein Tablet-Dock geschoben werden kann, um mit einem größeren Bildschirm zu arbeiten. Allerdings hat Asus im Vergleich zu den Vorgängern Größe und technische Ausstattung reduziert. Das Smartphone misst nun 4 anstatt 5 Zoll. Die Tablet-Station ist von 10,1 auf 7 Zoll geschrumpft. Angetrieben wird das Padphone Mini von einem Intel Atom-Chip mit 1,6 GHz. Die Auflösung des Smartphones beträgt 800 x 480. Das Tablet löst mit 1280 x 800 Pixeln auf. Der Preis soll bei 249 Dollar liegen. Außerdem stellt der Asus drei Smartphones seiner neuen Zenfone-Reihe vor. Die Modelle Zenfone 4, 5 und 6, wobei die Zahl für die Display-Diagonale steht, werden jeweils von einem Intel Atom-Prozessor angetrieben. Im kleinsten Modell ist dieser mit 1,2 GHz getaktet, im Zenfone 5 und 6 jeweils mit 2 GHz. Die Display-Auflösung beträgt beim 4 Zoll Modell 800 x 480. Die größeren Geräte lösen mit 1280 x 720 Pixeln auf. Die technische Ausstattung der Geräte ist zwar nicht überragend, trotzdem dürften die Zenfones für einige Anwender durchaus interessant sein. Das Design ist mit den vielen erhältlichen Farben recht schick, ein Update auf die neueste Android-Vision 4.4 ist bereits angekündigt und Asus bietet die Zenfones zu einem sehr günstigen Preis an. Das kleinste Modell beginnt bei 99 Dollar. Das Zenfone 5 soll 149 Dollar und das 6 Zoll Modell 199 Dollar kosten.